Mein Freund und ich waren in Hannover und haben dort die besten Restaurants ausprobiert. Als erstes waren wir bei Kunzwerk, da gibt es anscheinend die besten Burger in Hannover. Und wie wir die ganzen Burger finden, seht ihr in meinem YouTube-Video. Aber wir haben einmal Fleischeslust und Dr. Hölle bestellt und die waren krass. Danach waren wir kurz in einem Asiamarkt. Danach waren wir Ramen essen, das hat uns nicht so... Also wir haben bessere Ramen schon mal gegessen. Sie waren lecker, aber wir haben schon bessere gegessen. Und dann gab es noch einen Döner beim Lister-Döner, der beste Döner aus Hannover. Und der hat auch wirklich so, so gut geschmeckt, besonders der Gemüse-Döner.